Hallo meine Damen und Herren. Wann kommt eigentlich endlich der Sticker-Sale und was war das heute Nacht für ein Update? Konsens, vielleicht sagt dann sofort, was ihr macht, oder ich flippe aus. Vergessen hast du wieder, wie so ein 8a-Miga-Miga-Miga-Reingeorgel mit Gerhard. Der Sticker-Sale lässt nach wie vor auf sich warten und langsam ist es wirklich merkwürdig. Und viele behaupten jetzt, dass die Volvos mittlerweile die Lage so schlimm einschätzen, dass sie, egal was sie updaten, so oder so nur Shit zurückbekommen von der Community, außer sie machen was am Anti-Cheat oder da drumherum. Wenn sie einfach das Sticker-Sale-Update bringen oder eine Operation oder irgendwas komplett Wahnsinniges, dann würde die negative Sicht auf das Cheater-Problem, das ja aktuell ein riesiges ist, die ganze Sache überschatten und man könnte den ganzen Scheiß wegschmeißen. Auf die Community und deren Zustand schauen sehe ich das ähnlich. Ich denke auch, dass das keine gute Idee wäre, weil es sehr negativ aufgenommen werden würde, selbst wenn das Update coole Sachen enthält. Ich persönlich, ihr wisst ja, wie meine Sicht da ist, freue mich über jedes Update, denn jedes Update macht das Spiel ein bisschen besser oder kurz schlechter, so wie die letzte Demo-Sache. Als Demos einfach kanalart irgendwie gigabyteweise an Platz verbraucht haben, weil sie Bilder gemacht haben die ganze Zeit. Wollen wir, was war das denn? Unter anderem diese Demo-Problematik wurde mit dem jetzt geheimen durchgeführten oder zumindest undokumentierten und durchgeführten Update gepatcht. Doch was haben die noch getrieben? Es war immerhin ein paar hundert Megabyte groß. Falls jetzt gerade bei diesem kleinen Update, das halt gestern kam, irgendwas Anti-Cheat-mäßiges mitgekommen sein sollte, dann spürt man da von zumindest aktuell nichts. Es gibt keine Bandwave, es gibt keine Einträge in Foren von wegen, ich wurde gebannt. Also wenn da irgendwas Anti-Cheat-mäßiges mit dabei gewesen sein sollte, dann ist es halt irgendwie im Geheimen arbeitend. Was weiß ich, noch mehr Daten sammeln? Keine Ahnung. Als sie von Wagnet gesprochen haben, haben die Volvos geschrieben, dass es ungefähr ein Jahr braucht, bis es die passenden Daten hat, um dann zu arbeiten. Damals hat das ja die Demos an die Overwatcher geschickt. Es hat also selbst bei den Spielen reingeschaut und gemerkt, oh, ich glaube, der eine hat an und der auch und der auch und der auch. Das sind alles Cases und die schicke ich an die Overwatcher. Und guck mal da, 95% der Cases, die ich übermittle, werden tatsächlich gebannt, also funktioniere ich wohl. Beziehungsweise meine Cheat-Erkennung funktioniert relativ gut. Und viele, die von dieser Aussage von Valve wissen, sagen halt jetzt, oh, Counter-Strike 2 ist jetzt ja auch ein Jahr ungefähr da. Möglicherweise können wir halt damit mit irgendwas rechnen. Hui. Und damit im Verbund könnte man zumindest darüber fantasieren, dass jetzt auch wieder Overwatcher zukommt, was eine geile Meile wäre. Wagnet überprüft alle Spiele und sobald es irgendwas erkennt, gibt es die ganze Sache ans Overwatch-System und die Overwatcher kümmern sich drum. Das ist natürlich nicht so geil wie ein automatisiertes Programm, das sich hinhockt und sagt, ah, der hat an und weg ist er. Aber natürlich ist die Sorge riesig, dass bei so einem komplett autonom arbeitenden Wagnet möglicherweise halt auch Legits gebannt werden würden. Darum ist der Weg über das Overwatch-System gar nicht so übel, zumindest für den Anfang. Anti-Cheat-mäßig können sich mittlerweile auch viele vorstellen, dass die Volvos mit einer Kombination aus verschiedenen Dingen fahren. Gerade weil sie ja zum Beispiel beim Anti-Cheat nicht wollen, also bei ihrem Wack, dass das auf Kernel-Ebene arbeitet. Und an sich, wenn man sich trotzdem um diese Rager kümmern kann und um die ganzen verschissenen Cheater, ist diese Sicht ja auch gar nicht so schlecht. Natürlich möchte jeder User eigentlich, oder die meisten zumindest, dass die eigenen Daten so privat wie möglich bleiben, so geheim und geschützt vor allem wie möglich bleiben. Und mit jedem Kernel-Anti-Cheat öffnet man praktisch auch möglichen Angreifern eine Backdoor zum eigenen System, dass der gesamte PC infiltriert und möglicherweise auch gesteuert werden kann wegen so einem Kernel-Anti-Cheat. Und darum ist an sich die Denkweise von den Volvos ja gar nicht so schlecht. Wie gesagt, ich denke, sie werden am Ende eine Mischung aus allem nehmen, was sie aktuell ja sowieso schon machen, mehr oder weniger. Hier meine utopische Wunschliste. Overwatch kommt zurück, wagnet, arbeitet aktiv und gibt den ganzen Overwatchern die Cases. Also in dem Fall vor allem halt die ganzen in Richtung Legit-Cheating-Gain-Cases oder halt die weicheren Cheater. Rager werden von einem geupdateten Wack-System, also von einem geupdateten Anti-Cheat von alleine gebannt und können erst gar nicht ins Spiel rein. Und natürlich würde mit diesem Schritt auch eine Bannwelle einhergehen. Zusammengefasst wäre das also Wagnet plus Overwatch, ein verbessertes aktuelles Anti-Cheat, eine Bannwelle und natürlich dann die üblichen Dinge. Das sind zwei, die mir direkt entfallen. Einmal natürlich der Trust-Faktor, sowie dieses komische, wartet, ich such's euch kurz raus, das ist eine Sache, die viele scheinbar schon vergessen haben. Wolfs Anti-Cheat-Update, was macht Wolf gegen Cheater? Video vom 26.01. Da ging es um das hier. Sie haben etwas eingefügt, das ist auch sogar schon eine ganze Weile drin, mit dem sie in einem gewissen Radius Dinge erkennen können in Richtung AIM. Das war diese Geschichte mit diesen Suspicious Hits. Und interessant war vor allem das letzte. Suspicious Hits Strategy. 0, 1 und 2. Bei 0 passiert gar nichts. Bei 1, ich hab's wieder vergessen. Warte, hier steht's ja. Bei 0 passiert nichts. Bei 1 wird die Bullet geskippt. Bullet Skipping heißt in dem Fall, bei einem Spieler erkennt dieses System, das noch keinen Namen hat, Suspicious Hits oder wie auch immer, dass er wohl anhat. Also eine AIM-Unterstützung hat. Das würde zum Beispiel auf einen Rager halt zutreffen. Und dann würde zum Beispiel automatisch Option 1 angehen. Der Rager kommt also auf dich zu, gehoppelt mit der Scout, und schießt die ganze Zeit. Aber die Bullets werden geskippt. Das heißt, die Kugeln treffen dich nicht, weil sie nicht echt sind. Also sie, er schießt zwar auf dich, aber du kannst nicht gehittet werden, weil er praktisch mit Platzpatronen schießt. Und Strategie 2 lasse ich einfach mal im alten Ich erklären. Strategie 2 ist sogar richtig frech. Da wird die Bullet nicht gezählt oder die Bullets nicht gezählt, die eben geschossen werden, dann vom Cheater. Sondern es wird einfach ein randomisiertes Spray-Pattern neu erzeugt. Also sprich ein normales, nicht recoil-reducedes Spray-Pattern. Das heißt also, sobald dieses Suspicious-Hit-System erkennt, dass einer irgendwie komplett komisch am reinrödeln ist, dann kann der einfach nicht mehr richtig schießen. Also seine Schüsse gehen nicht mehr raus, sein Spray-Pattern wird unberechnet und so weiter und so fort. Die Idee dahinter ist natürlich, hinzukommen zu so einem großen System aus vielen Dingen auch nicht schlecht. Ein Cheater geht rein, wird detected und kann nichts machen. Und geht dann halt wieder. Finde ich nach wie vor eine sehr gute Idee. Die Mischung aus diesen ganzen Möglichkeiten führt dann eben dazu, dass die Spiele gemütlicher werden, erträglicher werden oder halt einfach wieder nice werden. Ich weiß, dass eure Ohren da bereits bluten, aber ich kann aus meiner Richtung einfach nur weiterhin betonen, wie schön die Spiele bei uns eben laufen. Letzten Freitag kommt jemand in den Stream, entdeckt dann recht schnell, dass wir halt Premiere spielen und nicht Faceit oder E-Sport oder irgendwas und sagt, hey, ich spiele Premiere, seid ihr verrückt? Warum? Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und dann natürlich, ja, die Cheater und Spinbotter und Pipapo, das macht doch keinen Spaß und wird doch jede Runde sofort. Und ich habe gesagt, bei uns läuft halt alles. Wir haben gerade jetzt am Freitag wieder die geilsten Spiele überhaupt gehabt. Absolut knappe Dinger, die wir so krass erschwitzen mussten. Also es macht einfach Spaß. Ich gehe immer noch davon aus, dass der Trust-Faktor was damit zu tun hat. Natürlich aber auch der Fakt, dass du zu fünft andere Spiele bekommst als im Solo-Cue. Das ist auch klar. Obwohl ich da auch immer wieder beide Meinungen höre. Manche sagen, ich werde im Solo-Cue mehr umgecheatet als mit meinen Mates und andere sagen, ich werde mit meinen Mates eher umgecheatet als im Solo-Cue. Entweder haben wir brutales Glück oder die Gegner, die reinscheaten, sind meinetwegen so legend, dass man es halt nicht erkennt. Aber wenn es eben so seicht und unentdeckt abläuft und wir unseren Spaß haben und jeder gerne mitspielt und eben nicht dieses Feeling hat, oh scheiße, das ist ja komplett verseucht, sondern es kommt wirklich nicht selten die Aussage gerade von neuen, wow, bei euch ist ja wirklich nichts. Soll ich dann, dann denke ich, ist es zu viel, wenn ich dann noch sage, aber haltet ein, Leute. Wir gucken jetzt erstmal die Demos an, ganz genau jeden Einzelnen, vielleicht hat er doch eine angehabt. Aber kommen wir zurück zum Thema und vor allem zur Beendigung. Viele haben mitbekommen, dass Team Fortress 2 und Dota 2 dicke, fette Updates bekommen haben. Die TF2-Community ist aus dem Häuschen und freut sich, dass sie jetzt nicht mehr diese verschissenen Bot-Lobbys haben. Auch die Dota's können sich über eine absolut krasse, riesige, sowas wie eine Operation freuen. Es ist wohl auch so, dass das Ganze, gut, man erkennt es jetzt ja schon, das ganze Ding ist auch von der Aufmachung her typisch, wie man es von den Volvos kennt, eben so aufgebaut, wie zum Beispiel auch eine Counter-Strike-Operation, so wie die aus den vergangenen Jahren. Alleine wenn ich das hier sehe, diese Roadmap, über die du dann jodelst und die Mission machst, sieht exakt so aus, wie bei den alten CSGO-Operations. Natürlich hätte man gern, dass Counter-Strike auch nicht zu kurz kommt, klar. Aber solche Sachen und vor allem solche Sachen hier bei Team Fortress 2 jetzt, zeigen doch, dass sie dran sind, dass sie selbst für so ein altes Spiel wie Team Fortress 2 Updates bringen. Und dann auch noch Updates, die die Community absolut abfeiern. What a time to be alive. Ich will damit eigentlich nur auf Folgendes heraus, wir müssen uns keine großartigen Gedanken machen, dass sie speziell CS2 irgendwie schleifen lassen, weil sie alle ihre Spiele bemuttern und eben machen. Mal langsamer, ich weiß, Team Fortress 2 hat ewig lang auf so ein Update gewartet und eben mal schneller. Und ja, in der Aussage gerade eben steckt natürlich Hoffnung und auch Kropium und so weiter und so fort. Aber eben auch Gewissheit oder zumindest eine erahnte Gewissheit. Sodele, beendende Worte zu dem ganzen Thema. Team Fortress 2 und Dota haben dicke Updates bekommen. Ich denke, das nächste, was jetzt angegangen wird, ist CS2. Sie haben sicherlich auch sowas wie eine Liste, was sie halt gerne noch machen wollen würden für ihre Communities. Und TF und Dota kann man schon mal abhaken, beziehungsweise zu einem gewissen Teil abhaken. Ich weiß nicht, was da noch hinterher geschoben wird oder werden muss. Aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das waren jetzt zwei relativ große Dinge. Und auch bei Counter-Strike können wir dann, denke ich, mit was relativ Großem rechnen. Natürlich hoffe ich, wird es in Richtung Anti-Cheat oder Ähnliches gehen. Wobei man dazu sagen muss, dass das mit hoher Wahrscheinlichkeit halt nicht eine große Update-News wird. Von wegen, Leute, wir haben die Cheater gepimmelt. Das wird halt einfach im Hintergrund eingespielt und laufen. Ein Update, das Overwatch zurückbringt, merkt man logischerweise. Das ist klar. Aber worauf ich hinaus will, ist folgendes. Ich gehe davon aus, dass das nächste Update sowas standardisierter sein wird. Wie zum Beispiel, die Stickerkapseln sind jetzt dann im Sale. Yay, hey. Aber im Hintergrund wird noch ein bisschen was dazu gebuttert. Natürlich hauen wir jetzt noch geschwind ein Giveaway raus. Und zwar gibt es diese Dual-Lease-Melon-Drama für euch. Ihr könnt ja teilnehmen, indem ihr euch einfach an der Diskussion beteiligt. Also, glaubst du auch, dass die Volvos den Sticker-Sale aktuell so weit nach hinten schieben, weil sie halt gerade an was anderem arbeiten, das wichtiger ist, in Richtung Anti-Cheat oder halt Cheater an sich und so weiter und so fort? Oder glaubst du, dass sie einfach nur lahme Säcke sind? Haut's in die Kommentare, dann seid ihr automatisch beim Giveaway mit dabei. Und da das Video jetzt schon relativ lange ist, nur noch eine kurze Ansage. Heute gibt es im Live-Stil übrigens diese M4-1S Black Lotus für euch zu gewinnen. Also rumkommen, Viewer Games, Skin-Giveaways und so weiter und so fort. Kommt gerne rum und macht mit. Wir sehen uns dann heute, live oder im nächsten Video. Ich stream übrigens dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Und das nächste Video kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit in zwei Tagen, also am Donnerstag. Vielen lieben Dank für euer Zuschauer, für die Kommentare und für die Likes und willkommen an alle neuen Zuschauer. Wir haben nach wie vor ein sehr schönes Wachstum. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, ihr fühlt euch hier wohl. Haut rein und bis dann. Later!